Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TTT mit sechs Leuten, aber Robin ist noch nicht da, deswegen sind wir noch am Anfang zu fünft, und zwar mit Sven. Okay, der Sven ist schon tot. Safti? Nein, einfach nein. Jonas? Moin. Und Mora. Mora kennt ihr noch nicht, das ist Mora. Was? Mora? Ich wollte sehen, dass Sven sich gemutet hat, also bin ich gekommen. Hi, ich habe meine Anmod gemacht. Ja, und mir nicht. Hat mir noch Spaß. Hallo. Ja, wow, ich habe gesagt, mit Sven nicht. Dich habe ich zuerst erwähnt, Sven. Wow. Ja, ich habe mich gemüht, weil du hast irgendwie angefangen, sie random, und ich war noch nicht vorbereitet. Ja, ich habe gesagt, okay, wir machen jetzt Hallo, herzlich willkommen zurück. Ja. Boah, 65er-Ping. Wie schnell soll ich mich schon aufpassen? Ja, 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 genau. Wir wollten erst ohne aufnehmen machen, und dann... Boah, ich habe einen 60er-Ping, 70er. Mora hat es genau eine Sekunde vor Spielbeginn quasi reingeschafft, oder mit dem Spielbeginn hat es reingeschafft, und deswegen haben wir dann doch aufgenommen. Schneegolem. Aber was... Willst du eine Plasma? Nein. Willst du eine? Mora, willst du die Regeln? Ja, okay, ich habe einen Infernal-Rairway-Gab. Ihr werdet brennen. Mora, hast du die Regeln eigentlich schon gesehen und durchgelesen? Nein. Dann solltest du das unbedingt mal tun. Ihr wird geschurzen. Bevor du Plasmas wirst. Ich habe sie runtergeworfen. Ist das legitim? Nein. Auch wenn ich so einfach Out-of-Map werfe. Ja, es ist legitim. Safti, Safti, ich schaue gerade Fernsehen. Lass mich das. Aua. Was mache ich da? Jemand, entweder jemand verkleidet sich... Ach doch, da bist du, Leute. Ich habe dich gar nicht gesehen. Mit dem ganzen Feuer. Richtig geschossen. Ja, das war ein Schuss. Ja, auf den Kopf. Du hast mir ins Feuer geschubst. Oh, meinst du, dass es ein Headshot war? Nur weil dein Blutku... Boah, alter, geil. Oh Gott! Scheinbar bin ich jetzt derjenige, der die zweite Runde erst aufnimmt. Hab mich alle umgebracht? Ja. Na, ist schon. Zina for the Whims. Mich hast du nicht umgebracht, Gott sei Dank. Ja, aber du warst mein Freighter-Kollegen. Sag, bin ich kurz still. Aber ich war auch da oben. Ja, danke für die Anmode, Nitro. 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 Wette, ey, Nitro. So, jetzt hast du jetzt Nitro. Wahnsinn, Sven, du hast es zerstört. Du hast diesen tollen Job zerstört. Ich weiß. Oh Gott, du bist so. Moin. Ja, Sven ist tot, glaube ich. Aua, lag. Also, ich glaube, Sven ist tot, um ehrlich zu sein. Der ist da gerade untergefallen. Nein, der steht vor mir. Ey, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ich habe geguckt, ob bei mir noch der Bug existiert. Ich höre überall so Explosionen und Schüsse. Was soll das? Ja, da hättest du trotzdem. Nein. Aber wann haben wir euch aufgenommen? Moin ist tot. Ah, das war. Sven, hast du die Uhrzeit im Blick, wann wir aufgenommen haben? Orben? Angefangen haben? Ach so, ich dachte... Nein! Du, vor zwei, drei Minuten. Oh, ich habe eine Melon gefahren. Ich habe die Melon überlebt. Ich müsste raus haben, um das nachzuschauen. Ja, tapp, tapp gleich mal raus. Sag mal bei 35 Minuten Bescheid, sollte die Runde noch nicht... Ah, ne, ich weiß es sowieso, weil der Serverstart war ja bei ihm noch eine Minute 39 quasi. Das heißt, wir nehmen seit fünf Minuten auf. War Sven, du hast doch Mora getötet, ne? Ja, er war Traitor. Ah, okay. Dann müsstest du jetzt nur sein. Ich habe nichts. Unter mir hat jemand getrunken. Bist du denn? Ich probiere jetzt mal was Risikoreiches. Im, äh, Dings hat jemand getrunken. Es könnte, äh, hier Jonas sein. Lüft, Nico. Es könnte Jonas sein, es könnte aber auch Robin sein. Und du wirst brennen. Oh Gott. Könnten wir alle sein. Ne, ich nicht. Ich habe gecallt und warte drüber. Oh, hallo. Hi. Ich weiß nicht, ich habe Mora gekillt. Das heißt aber nicht, dass du confirmed inno bist, um ehrlich zu sein. Ja, stimmt. Da könnte es ja sowieso nur Jonas oder Robin sein. Du kannst aber doch dich selbst callen, ne? Das kann ich auch. Weil das, äh, ja, mache ich auch manchmal sogar. Äh, warum bist du ja? Okay. Was? Ich habe nur einen Überlebten. Ach stimmt, ich kann es nicht sein, ich habe nur einen Überlebten. Robin, warum hast du mich geschaffen? Robin, du hast mich da hinter dir geschossen. 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 Ja, wollte ich schon sagen. Ähm. Saft, du? Ja, jetzt soll dich angegriffen. Saft, du bist du noch da überhaupt? Ja. Nein. Nein, Robin ist es. Oh, ich habe schon wieder irgendwas überlebt. Okay, Robin. Nein. Wieso bist du auf einmal hinter mir gewesen? Der hat mich weggeschleudert hinter dich. Ich dachte, das wäre ein Lag. Warum hast du denn nicht geschossen, Sven? Nein. Ich wollte ihn proben. Ich wollte ihn proben. Ich wollte ihn proben. Ich wollte ihn proben. Lo, das sah bei mir aus wie ein Lag. Nico, Tuast, die Mellen hat eben geleckt und auf einmal war Niko hinter ihm. Mellen hat nicht erwischt, die Mellen hat nicht erwischt, die Mellen war gar nicht in Reichweite. Das ist die Mellen. Mellen hat 53,3,3,3,3,3,3,3,3,3 gebrochen. Ja, genau. Weil wenn du die Mellen richtig getriggert hättest, wäre es doch nicht mehr weggebracht. Ja, aber ich bin auch Vollgas gelaufen. Marc, du bist Vollgas gelaufen? Ja, ich bin gestorben. Du bist denn dann gestorben? Die Mellen war ja in meiner unmittelbaren NWo bist du denn gestorben. Das ist ein wenig, das ist deinem Betrag am Auro. Oh, Dominik. PC funktioniert wieder. Wir tun das jetzt auch. Dominik, Dominik, ich bin mit dem Auf. Wir nehmen auf. Das ist doch der Niko. nein weg 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 ich hab dann oder das vielleicht zur seite rennen ja jonas Antennau und Dornen als abendet ist ich werde mit dem Oktober zur Warte in der Bühne deswegen habe ich das nun gemacht aber jetzt aber es ist das dass er das geht auch mal wie sich das ist und wenn er mit Niederlande das wir haben sie haben in der Welt und wird nach Munition er ja zu sind gibt es ein Detektiv aber nur zwei Träte das stimmt schnäger oder tschüss jonas lebst du noch? ja ich lebe noch alter ich werd gesendet hat er versucht dich runterzuschubsen und hat es nicht geschafft ne er ist selbst runter gesprungen ich weiß nicht ob er auf eine etage tiefer gelandet ist oder jetzt tot ist er ist eine etage tiefer gelandet nein 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 er ist tot aber eine Sache kurz das macht Sven auch mal gerne alter wer was zum Teufel und einmal kurz das ist nicht gerne gesehen wenn man sich random einfach selbst umbringt wollte ich nur mal sagen das ist auch nicht lustig ich wollte eigentlich schon zur Etage runterfallen und bin dabei gestorben du warer Held du hab ich noch zufällig ne ah ja guck mal hier was ich verschwinde jetzt Ninja cool hallo 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 Dominik kommst du? ja warte Steambug wieder rum achso ich weiß nicht wieso manchmal ähm muss ich Steam Task Manager nochmal schließen in den Hintergrundprozessen das ist jetzt tatsächlich richtig ja so müssen wir ja nicht hinterherlaufen ich weiß nicht ist das bei euch auch manchmal so dass ähm wenn ihr ähm also ihr habt doch sicherlich bei Steam auch den Autostart ne? beim PC start wird automatisch Steam gestartet gut äh ja bei mir ist das manchmal so ähm dass Steam nicht wirklich startet und ich muss in dem Task Manager den Hintergrundprozessen nochmal schließen ja dann muss und dann musst du bevor es startet da machst du ja dieses Steam Update Connection da hast du ja dieses Steam Update Connection das musst du bevor es startet äh äh canceln und musstest Steam dann nochmal starten wow dann könnte ich ja ein theoretisch ein Autostart komplett ausmachen das war so klar ich hab nur dich gefunden das war so klar das ist ein Bug das ist äh das war nur ein Bug das ist äh das war nur ein Bug also das ist nur ein Bug von Steam das passiert ab und an mal das war ja auch bei mir wenn ich es normal starte aber voll scheiße dass ich dich nicht one-hit-up-probe mit der Sprache du warst direkt vor mir und war schon verboten voll scheiße dass ich einfach mal runtergefallen bin obwohl ich eigentlich direkt ins Fenster gelandet bin voll scheiße dass OBS inkompetent ist ich was äh äh hier Dings zu machen dass man sich richtig muten kann und so äh ich hab das Problem ich wollte mich halt muten ich hab halt auch euch gemütet in der Aufnahme WTF hier ist einer direkt weggeflogen lol schluck auf ey ist nicht gut ich weiß nicht was passiert ist ich dachte schluck auf wär sehr wohl gut ja falsch gedacht man lernt immer was anderes die Jugend von heute hat noch so viel zu lernen hey Feuer ist böse Feuer hat der richtig ach das wusste ich tatsächlich auch nicht oh warte warte Morat hat ein Bummerang geworfen aber auch das hat er verdient Alter ja ich hab ein Bummerang ich halte ihn jetzt also dass es gold ist ne okay hast du Moro umgebracht? ja na na sehr gut kann ich mit dir mitkommen oder ist dir das unangenehm? äh es ist mir angenehm genug warte ich äh will Moro aus dem Fenster weg damit ja warum warum damit hat es aber ne One Hit Waffe an Traitern One Hit ist uncool und ich kann mit dem Teil bestimmt noch nicht umgehen äh du hast es ziemlich einfach zu bedienen tatsächlich ich sag Moro hat damit verkackt also ja oh cool ah Robin nein nicht Robin ja das war tatsächlich Jonas der hat ihn gerade weggemacht das habe ich genau gesehen und er flüchtet durch den Lüftungsgang ah Lüftungsgang fuck fuck was habe ich ausgewählt keine Ahnung alter alter was what the fuck habt ihr das gesehen? ja dass du dumm bist alter was ich hab das auf der Aufnahme aber ich hab den 5 mal getroffen als er near death war ich hatte noch 6 HP hä aber ich hab den 5 mal getroffen als er near death war ich hab's wirklich auf der Aufnahme was ist hier eben passiert ich bin da dumm ja es wird noch ein bisschen kurz dauern bis ich onkomme ich hab nochmal alle WorldShop Inhalte zum downloaden was ich hab den total aufgetroffen äh ja äh nico nico das tut mir leid dass ich dich am Anfang wieder runter ja 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 ist ok aber jetzt möchte ich Dominik ran äh du musst wissen als mein PC gestern abgeschmiert ist hab ich keinen Plan gehabt was passiert ist da hab ich ihn nochmal gesetzt ey sag die ja wie wärs mit einem 101 nein das wird doch Jahre dauern du mit der Autotacker ich mit Mann und ich mit der Ahnung Weifel und ich habe mich mal an was der Autotacker in seiner KZ-Minuten komme ich gleich wieder aber ich bin noch kurz auf das ist da die GSG 1 die Autosniper jetzt bin ich motiviert dass bei der Aufruf so lange damit ist es dass ich nicht dumm war ich muss einfach kein Problem Robin mit der Schotter auf einem Meter ja was gehen willst du mich jetzt umbringen mit der Schotter? nein ich starre dich an das du nicht Plasma oh ich höre die Plasma genau über mir was passiert da? oh ja die war die wir einem Treppenhaus oh Gott lebt ihr da noch? oh Gott ja ich lebe noch Mora nein ok Mora warum sind hier so viele? immer oben darf ich das jetzt als Appetat zählen lassen? da gerade ganz unten die ganze Zeit als gewalttätiges Mora komm du träumst oder nicht? nein also jemand anderes hat das fast Kappels gemacht wir sind einfach drei Leute ganz oben auf dem Dach wollte mich verarschen oh sorry 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 ich hatte erst gedacht das ist Weltflowbett ich hatte Angst und ich bin grad an Fallschatten Mora ich war's nicht wie du gesehen hast ok Mora Mora ich glaub Robin ist es Mora hat ihn verbracht Warte was wer war's jetzt? wer war's jetzt? habt ihr nicht wieder getroffen bei mir? was ist das für ein Schein? Da kam doch Blut Elvis aus Verpiss dich ich kann kaufen, ich will was kaufen kannst du mir vielleicht zeigen wie man eine Zeitlupe editiert und dann kann ich genau zeigen dass da Blut war du weißt das doch bestimmt wie das geht Zeitlupe Geschwindigkeit einfach runter machen eine Sekunde hat für gewöhnlich 30 Frames ganz einfach kenn ich damit nämlich absolut nicht aus ich nehme mal mit 60 FPS auf ja aber bei Premiere wird eine Sekunde meistens als zwei ganz kurz vorliegt Sven zu sehr schrumpft mann bist du scheiße was war der Sau geräumt also ich spiel grad mit 200 FPS interessiert kann es auch wer spielt nicht mit 200 FPS Garry Spot vor allem die Aussage kam so random einfach ich nicht ich hab 300 ich hab keine FPS Anzeige ich auch nicht aber ich weiß dass ich spiele ja nicht zum ersten Mal TTT ich auch nicht ich hab TTT noch nie mit einer FPS Anzeige gespielt ich hab dir irgendwann mal ein Steam angehabt aber automatisch an ich hab die immer an ich kann ohne LPS Anzeige nicht mehr wir haben eine Plastik war direkt über mich ich dachte schon ich werde getroffen Sven nicht mehr krass machen Smoke weed everyday Smoke weed everyday Horeda Nein ich darf die mit mich runterschubsen oh Gott Daffy hat sich nicht geschossen aber du bist gefallen was er ist nicht geschlossen das ist ein komisch nein Krampf im Trigger sag die komm ich schütze ich Sven du lebst doch oder Sven hat er ist entweder er hat Second Chance oder er ist ja gut er er war nicht nein 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 seine Leiche war nicht unten das ist kein Blut und so da ist nur unfass wow wer ist noch wer ist noch wer ist noch wer ist noch saubere Arbeit ich hab's gesehen wie da jemand runtergefallen ist so weiß jemand der das war wer ist das warte Robin du nein nein ich bringe euch aus dem Fenster das ist Sven warum hat sich Sven denn das muss Sven gewesen sein weil er ist er weiß nicht dass das schafft aber er ist noch mal rausgesprungen also hier ist Blut hier wurde gemordet nach Ausschlussverfahren muss es Sven gewesen sein ja ich habe mich gerade gesehen er hat nicht gewöhnt ich muss noch nicht Sven wissen er ist ja ich weiß wenn es mir entgegengelaufen und dann rückwärts runter Jonas ist es schon mal nicht hm ich bin es confirm schon mal nicht ne wieso weil er die Chance hatte mich zu töten und es nicht gut getan hat das ist ein sehr guter ah Leute zu konfirm oh Gott oh scheiße ja ich bin es schon mal nicht ne hallo Nico ich bin du was lolol was ich wurde gesendet what the fuck ey ey ich kann das normalerweise dann war da so ein Drecksfall was die Fenster abtrennt und da bin ich gegen gesprungen ich bin Nico ein bisschen Steak hinterher gegangen und hab mir seine Identität geklaut ah Diegel konnte ich leider nicht mehr richtig einsetzen aber am Ende war es ganz gut hättest du nichts gesagt und ich hätte das gesehen Achtung hättest du das gesagt und ich hätte das dann gesehen nicht hochkommen nicht hochkommen hättest du das nicht gesagt und ich hätte das gesehen so dann ich würde noch einen Spruch abgeben ja ein Traitor Spruch macht man nicht oft sowas ey Robin was ist los Aua warum schießt du also jetzt schießt ich dich auch ab weißt du was du bist jetzt Chaos Hi nein 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 vorreißen was geht da ab die Leiche okay Hallo sorry ich hab den Kreck ist mir doch egal hehehe oh hi wer bist du wer bist du mhm hehehe ich bin ich zu machen ich bin der Schauber geworfen oh der ist gerade an mir vorbeigegangen mit einer Pistole in der Hand hehehe hehehe Momma ist ganz oben Momma ist ganz oben auf dem Dach drauf naah das scheiß Second Chance Typen ey und wer ist der andere Traitor ich stehe einfach Nico ok den hab ich nämlich getötet gerade hey hey what was laberst du für'n Bullshit hehehe der verwegt auf mich jeden wer hat ja gerade hat Morra als ganz ansatzes Baby probiert war scheiße alter Morra willst du mich verarschen warum gehst du wieder vom Dach runter ich wollte mein Bestes so eine absolut komische und absolut müllige Runde das war's mal wieder nein Mario ist scheiße Leute nehmt nicht Mario Mario ist scheiße ja mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich bye so ja ich nehm noch weiter auf bis wir vom ich nehm ihn nicht auf Gott all time fessig all time fessig Morra warum bist du hochgewechselt Jonas hallo 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 la ha hat einer von euch Interesse an einer defekten 780 auf jeden Fall ernsthaft deine Grafikkarte war defekt äh ja ich hab jetzt vorübergehend über das Wochenende meine alte scheiß Grafikkarte eingebaut also für das Gary Smod zocken reicht es wow ich hab im Ladescreen 2 FPS hast du nicht gesagt dass deine äh dass du dass du noch letztens erst eine neue gekauft ja aber gebraucht was Sven 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 Stefan wie lange nehmen wir jetzt auf 35 minuten ich habe keine Ahnung meine Aufnahme war für den Arsch hast du mich voll verarscht oder was warte wir nehmen jetzt punkte 19 Uhr auf 20 minuten genau genau 20 ungefähr ja das hilft mir nicht ungefähr ich muss ich wollte 35 minuten aufnehmen warum ich dachte mir hier ist es um 40 sind 35 Minuten welcher von euch Säcken hat meine Diegel geklaut du kannst uns auch einfach separat testen in einer anderen Aufnahme welcher von euch Säcken hat meine Diegel geklaut also kannst du einfach jetzt rauszaubern das tapp ich jetzt raus gut Leute bitteschön dann seht halt mein Bildschirm kannst du mich nicht das mal umbringst ist nur richtig scheiße ich liebe es wenn die Antworten plötzlich anstrengt wo steht das denn wo steht das denn wie lange man schon ausnimmt unten rechts kommt förmlich mal ich würde das noch bis 20 Minuten genau bei 26 ok perfekt ach nehmen wir jetzt hier nicht auf oder was ich nehme auf ich nehme gerade auch auf ist ja auch richtig wir machen heute übrigens eine extra mit 35 Minuten Folge also die Map wird auch mittendrin beendet wenn 35 Minuten sind deswegen ich muss was testen aber nur bei E-Mail Robin könnt ihr das komplett sehen ich muss was testen deswegen ist die Runde total komisch au cool du kannst doch einfach die Aufnahme so und was ist jetzt ja ist mir egal was ist jetzt mit Jonas passiert Saftlot hat mich gekillt ganz am Anfang einfach so weil ich nicht geblickt hab was los geht ok dann ich bin bei seiner Leiche als ich bin grad auch rum ich kann auch gleich schießen wo ist das denn oh nein oh nein vorher ist es was kannst du da machen was kannst du da machen es war dumm das war schlau mit dir mit dem von dir mit dem Wetteritem rumzuhauen so jetzt bin ich mal gespannt ob das geht oh ich hab ne Pigeon cool was machst du da? ich möchte testen ich möchte testen geht das? nein nee warte geh du mal rein warte warte aber dauert noch ein Augenblick das musst du refreshen ok dann geht nicht weiter tschüss achso ich verstehe ja 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 und jetzt holt er die Pistole raus ja 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 ok Robin ist wir müssen sie neutralisieren Robin ist wahrscheinlich der zweite ja ok wow du bist echt gut Herrmann fliegt er nicht zurück ich hab gewonnen er hat mit Navi und dem Umgang daneben geworfen aber warum und war bis zum Mikro nicht zurückgeflogen du bist ein an der Leiche von mir vorbei gelaufen das Sven schießt mich an ich schießt auch aus Reflex zurück echt ich hab mich angeschossen du Dominik was hast du ja du hast mich angeschossen warum dort ließ dich mit ach so keine Ahnung oder was anderes spielt was kommst du eigentlich nicht es ist nicht äh jetzt gleich in einer Regel okay wer will sich mit dem Deagle Gott anlegen und gar keine random Folge oder so Alter was ich häng in Sasti drin warum wer will sich die letzten Weiß von mir überhaupt angucken ich nicht ich 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 wer will sich mit dem Deagle laut anlegen Niko Deagle Duell was ich weiß auch gar nicht ob ich hochladen um ehrlich zu sein was nicht lieber nicht äh die Folge lieber nicht wer weiß wann ob ich wieder Inboard hammer abkomme wie man sagt so du bist eigentlich immer dafür dass ich das Uploade in dieser Folge reden alle durcheinander ich krieg selber schon freuen Jonas ist es es war auch so komisch Jonas es war nicht Jonas es war nicht Jonas es war nicht Jonas in der letzten Folge gab es aber einen Moment Loll da habe ich das habe ich gar nicht gesehen das habe ich Mora das war ziemlich offensichtlich das war ey Robin sollst du mich nicht in die Luft jagen wolltest damit Robin weißt du was richtig lustig und random gestern war deine Mutter ich habe mich verarschen Sven ich habe ihn mit dem mit den Dingen in den Kopf geschossen mit der Sniper wer hat mich jetzt eben getötet ich ich habe einfach nur auf das bei mir brennende Fass geschossen bei mir hat es nicht gebrannt ich dachte du willst mich damit in die Luft jagen nein bei mir hat es gebrannt einmal kurz äh Jonas die geklickt von mir kassiert das ist schon peinlich weil ich eigentlich keinen Aim hab was sowas angeht das ist nicht bei mir Jonas das ist er glücklich für dich er hat mich umgebracht weil ich ihn vorhin umgebracht hab ich habe dann Jonas geklärt und dann hat er auch umfälschlicherweise Mark du bist schon einspacht und dann hat Robin Sven gekillt wo sind meine Diegel was machst du da Sven Bowen Strike ganz ehrlich die Runde lade ich wahrscheinlich eh nicht hoch ey warum ist doch lustig nein ey doch die erste Runde voll strike Warnung ihr könnt Obenkills bekommen ich war vorhin Bowen Alter ich hab über jawoll auf die andere Bahn jawoll auf die anderen Bahnen das nachfolgende Video Alter ich hab auf der kannst du den hinten mit hoher lautstelle ich hab okay das ist jetzt auch ziemlich offensichtlich gewesen safti wasch ich hab ihn gekillt übrigens aber also ich hab ihn offiziell und hinter Robin der ich selber nur wer ist das jetzt es ist es ist es ist es ist warum musst du auch so laut brüllen während ich rede mein Gott ey Bastard Langeweile und so. Haua! Das geht mir total auf den Keks, Alter. Wenn dir langweilig ist, guck doch den anderen zu. Dann ist dir nicht mehr langweilig. Wer? Jetzt hat mein Computer Lust, Addons zu mounten. Ihr wollt was tippen, aber ihr habt dazwischen geredet und deswegen bin ich total durcheinander geraten. Scheiße. Mora! Ja. Unauffällig. Ach ja, Mora, du bringst selbstgeschriebene Hex drin, deswegen, äh, wollte ich nochmal eben sagen, deswegen trifft er auch so gut. Was? Nein. Äh, und Safti an dich, äh, liest dir am besten mal durch, was, äh, die Fallen so machen. Wenn ich durchlesen, ist es noch offensichtlicher, dann sieht man ja, dass ich draufstarke. Ja, aber das, äh, wenn du ne Falle direkt hinter mir aktivierst, das macht keinen Spaß, wenn ich Trader bin. Und dann, äh, ganz schnell abhaust. Ich bin ja, ich bin hier dumm gelaufen wie jeder andere auch. Also ich bitte dich. Wieso macht das keinen Spaß, wenn ich Trader bin? Ich hab mir eben echt Zeit gelassen. Weil du keine, meistens keine Traderwaffen benutzt und ja. Doch, ich hab, ich hab die Taube, ich hab die Taube geworfen und die Navi Launcher. Krass. Ja. Ich hab ja gesagt, dass du keine Hex, äh, dass du keine Traderwaffen verwendest. Ey, doch. Ich hab gesagt, dass er meistens keine Traderwaffen verwendet. Ich verwende eigentlich nur Traderwaffen, es sei denn, ich hab ne gute Waffe wie ne Diegel. Ja, das mein ich halt. Und auf der Map gibt's so seltene Diegel. Dass du vielleicht Waffe gesehen, die besser ist als eine Huge. Habt ihr vielleicht den Dominik gesehen, der immer noch nicht drin ist, obwohl er gejoint ist vor fünf Minuten? Ja, ich bin grad gejoint, aber dann hab ich gesehen, ähm, Missing Textures und bin dann gelieft. Dann hab ich nach dem Problem gesucht, weil ich hab ja CSOs installiert. Und dann seh ich die geteilte Steam-Bibliotheken von, äh, den Leuten, die ich weiß. Also auch. Ein Sproken ist das Sven. Ey, ich kann dir nie wiedergeben. Du hast quasi, du hast CSOs nicht, oder was? Ja. Äh, also es ist zwar installiert, aber, äh, da ich die geteilte Steam-Bibliothek von Sven nicht mehr hab, äh, wird's nicht anerkannt. Echt? Ja. Äh, ich kann dir die wiedergeben, wenn du willst. Äh, ja, gerne. Könnt ihr das mal eben machen, während der Runde am besten? Ist zu tun leid, jetzt Sven, aber. Ne, dann bei euch Team-Viewer. Gott, diese Aufnahme ist absolut super. Ja, Sven, kannst du eben für fünf Minuten die Runde verlassen? Ja, hab ich schon. Äh, wo ist Team-Viewer denn? Warte, Sven, warst du Traitor? Wir gehen, äh, nein, ich sag jetzt ja nichts. Hallo. Ich bin mit einem 60er-Pink, gut, bei mir lag alles, aufgrund dieser Scheiß-Add-On-Laderei, die mein Computer jedes erstes macht. Will raus. Da würde ich nicht rein gehen, Jonas. Was ist das? Hm. Oh, Mann. Mein Computer kommt ne halbe Stunde, nachdem er gestartet worden ist, bei Gary's Mod. Ah! Ah, Robin! Head on the mountain, ey. Gibt's da nicht. Finde ich gut, dass Jonas... Robin war's. Saftes andere, dann? Ey! Was? Was? Aber warum bin ich es? Weil du die Holy geschmissen hast. Du bist da durch den Gang gegangen und dann kam davon Holy, Alter. Aber ich bin doch schon inzwischen ganz woanders. Egal, du wirfst immer die Holy. Haha, da sind die Klischees wieder. Mjau. Außerdem wurde Nico hier Saftlot gekillt, also. Robin ist oben auf den Dingern drauf und tötet mich jetzt in einem Blick. Alter, wer schießt nicht da? Ich hab nur Nico geholfen. Warte, mit was für ner Waffe hast du aus der Entfernung geschossen? Farmers. Ja, daran erkennt man wahrscheinlich die Ex. Nochmals. Da hinten läuft Robin übrigens Mauer hinter dir. Ich, ich hab lag. Der hat mir mit der Frage, was einfach so viel Schaden gemacht wie ne Sniper. Ja Junge, wenn er nix schreibt. Das nennt sich Visieren. Aber ich, ich, ich hänge gerade. Was? Ich hab grad so den Lag. Ah, danke. Lol. Wie bin ich jetzt hier hochgelangt? Warum bin ich jetzt nur mit Robin in einem... und Schneegolem? Sag mal Dominic, eine Frage kurz. Machst du auch nur bis 11 so Jonas? Dominic? Ah, jetzt ist wieder alles zu sehen. Thomas Dominic ist nicht da. Keine Ahnung, ich hatte aber eben nur noch mich und Robin auf dem Scoreboard. Ja ne, Dominic war ja nie drin. Ich glaub, dass Robin das echt noch gewinnt. Ah ne, Moral liegt auch noch nicht. Schneegolem. High five? Jonas, high five? Nein, Robin ist dort hinten und ich hab nur noch sehr wenig Leben. Okay, wir machen uns, wir machen uns im CS-Style. Mit Hex. Oh Gott. Wo steht denn der? Er ist auf der Männertoilette. Oh, ich bin auf der Frauentoilette. Ich glaub, du brauchst keinen Hexmacher dafür. Was ist das? Oh, hat er da gerade Glück gehabt? Hab ich Dings gehört? Wasser, aber mehrfach, was? Wo zum Teufel hin? Teleporter. Leute, bei mir wechselt Schneegolem zwischen Huge und Autotacker. Ja. Ich hab aber die Autotacker. Was zum Toten ist Autotacker? Was zum Toten ist Autotacker? Die Autosniper. Ja, ich weiß, dass ich die ganze Zeit schon rede, obwohl ich tot bin. Hallo. Die Runde ist sowieso für'n Arsch, die Aufnahme und alles. Hallo, wir sind hier TTT ganz professionell. Die Aufnahme ist wirklich für'n Arsch, hast du recht. Aber geiler Arsch. Ich liebe Arsche. Ja, Sven, wieso hast du auf meinem PC eigentlich Passwort speichern gemacht? Hab ich nicht. Du hast mich rausgeschmissen. Die Runde ist immer noch nicht vorbei, Sven, du hast nichts verpasst. Und jetzt hast du's fast verpasst. Die Runde war ganz lustig eigentlich. Ich hab mich auf der Toilette versteckt und ihr geht da beide durch die Toilette lang. Ich hab mich halt auf die Schüssel gehockt. Und die Tür zugemacht und dann sagt ihr, oh, er hat wahrscheinlich einen Teleporter. Und dann geht sie wieder weg und ich geh durch den Zubi. Also, Dominik kommt 6 zur noch, oder? Insofort. Aber jetzt reinfragen ich noch einmal kurz an, Dominik, 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 Bach, da oh. Du bist da auch noch bis elf, so wie Sven? Na, wie ich bin, kein Traitor. Eh, was? Jonas, als Jonas. Jonas, Dominik? Oh,帶 euch noch mal. Wann? jetzt noch mal jetzt noch mal zu machen den habe ich eben mit der Farmas getötet Robben neun gedrückt wird werden Robben wie viel Schaden habe ich hier mit der Farmas gemacht du hast mir so viel Schaden macht wie mit einer Seite was auch nicht so schnell geschossen wie man das nun schon was logischerweise 100 was ist das für eine ein sagt die Weg vor der Weg Prozent 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 gemacht er hat schon direkt versucht mir die geklickt zu gehen weil es sich in die Luft geschossen haben ich sehe ich sie nur noch schießen ein Teil der leute sein geschießt man in die Luft Smecker ich habe ich war es sei ich habe die Zeit der Plasma wieso weil der Stuhl einer Krieg die Klinik ist auch so ein paar Prozent das war es nicht was das war es nicht mehr so ein Teil der Art und meine Plattmann einsteig an das nach ein Gemma ein damit es ist jetzt. Aber ne die sind nicht erlaubt. Ne die sind nicht erlaubt. Ja genau das sollte ich gerade sagen. Aber das Ding ist du kannst trotzdem eigentlich theoretisch rein weil hinter dem Twitter-Tester ist ein Twitter-Raum. Und Jonas ist es wahrscheinlich oder wie ist das jetzt zu erklären? Nein Morra ist in meine Plasma reingelaufen. Ich habe neben ihn geschmissen und er geht extra drauf. Also ja. Da ist kein Toter. Nein. Ich wollte gerade nicht wissen. Da ist Robin. Da ist Sven. Und da ist Jonas. Oh. Ihr habt da ist jemand die Falle gefallen. Ich glaube das war der gute. Wow. Wow. Das hat mich gekillt. So gut wie alle hier sind tot. Geil ich nicht. Ich weiß nicht wer da runter gefallen ist. Ihr da mal mit euren Traitor fallen. Aber das ist der Grund warum ich die Map mag eigentlich. Dominik du musst dich aber noch begnügen. Denn wir wechseln jetzt die Map nach der Runde. Cool. Aber ich sehe die mit den Textschlussen weg. Nice. Und ich habe nicht den Aerofix gedownloadet. Nur Counter-Strike-Stores. Ja das ist ja quasi. Die sind ja quasi Counter-Strike-Stores Textschlussen die du downloadest. Also. Ja. Weiß nicht. So. Und wie diese Runde aussieht. Ausgeht das seht ihr in der nächsten Folge. Ne nicht in der nächsten Folge. Das seht ihr bei Robin wahrscheinlich dann auf dem Kanal. Ne tatsächlich nicht weil ich die Folge nicht hochladen werde. Dann werdet ihr niemals erfahren wie diese Runde ausgeht. Ja ich schreibe es einfach in den Kommentaren oder so. Keine Ahnung. Das war auch eine 35 Minuten Folge. Bis dann. Tschüss. 95. 35.